Herzlich Willkommen zu meiner Weihnachtsvorlesung 2020. Ich bin Bernd Sturmfels, einer von drei Direktoren des Max-Planck-Institutes für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig. Meine Forschungsgruppe hier heißt Nicht-Lineare Algebra. Mit dieser Vorlesung möchte ich Sie einladen und ein bisschen vorstellen, die Gruppe. Und das zentrale Thema heute ist die quadratische Gleichung. Und ich werde Ihnen auch die Bilder erklären, die Sie hier sehen. Die quadratische Gleichung sieht man oft zum ersten Mal in der neunten Klasse. Und die hat allgemein die Form ax² plus bx plus c gleich 0. Und hier ist x die Variable, die unbestimmte, die man finden möchte. a, b und c sind Parameter. Wir denken uns a, b und c als Messgrößen. Also das sind irgendwelche reellen Zahlen, die wir in einem Experiment gemessen haben. Und dadurch, dass man viele Experimente durchführt, können diese sich häufig ändern. Das heißt, wir messen häufig a, b und c, würden gerne x ausrechnen aus dieser Gleichung. Wie lösen wir diese Gleichung? Naja, da gibt es eine Formel und der Lehrer leitet eine allgemeine Formel her und die armen Schüler lernen diese Formel dann auswendig. So lösen wir die Gleichung. Warum lösen wir die Gleichung? Keine Ahnung, es steht im Lehrplan. Also viele Schüler denken, dass Mathe total langweilig ist und insbesondere dieses Thema, das Lösen der quadratischen Gleichung, langweilig und unmotiviert ist. Und das werden wir heute mal so ein bisschen besprechen. Zunächst mal, wo kommt diese Gleichung her? Also hier ist die Formel. Eine quadratische Gleichung hat im Allgemeinen zwei Lösungen x. Und hier ist die allgemeine Formel. Also x ist ausgedruckt als dieser Bruch. Da sieht man die Quadratwurzel. Und vor der Quadratwurzel hat man entweder ein positives oder ein negatives Zeichen. Und auf diese Weise kann man die zwei Werte von x berechnen. Der wichtigste Baustein in dieser Gleichung ist die Diskriminante, Groß D, which is b² minus 4ac unter der Quadratwurzel. Und diese Diskriminante leistet eine Fallunterscheidung. Sie diskriminiert drei verschiedene Fälle. Entweder ist die Diskriminante positiv oder sie ist negativ. Es ist auch denkbar, dass sie null wird. Aber das wird eigentlich nie passieren. Denn Sie erinnern sich, a, b und c sind gemessene Größen. Das sind also reelle Zahlen. Und das wäre sozusagen eine sehr außergewöhnliche Situation, wenn das b² minus 4ac mal null wird. Also im Prinzip ist D entweder positiv oder negativ. In diesen beiden Fällen gibt es immer zwei verschiedene Lösungen in den komplexen Zahlen. Aber reell davon sind entweder zwei oder null. Also wenn die Quadratwurzel von D genommen wird, wenn D ist positiv, dann haben wir zwei reelle Lösungen. Wenn die Diskriminante negativ ist, dann haben wir keine reelle Lösung, sondern nur zwei komplexe Lösungen. Also die Diskriminante ist hier sehr, sehr wichtig. Sie liefert eine qualitative Unterscheidung in der Natur der Lösungen unseres quadratischen Modells. Nehmen wir mal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich Mathematik? Und gucken wir uns mal so ein paar Zitate an. Galileo sagte, dass die Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Also eine ganz wichtige Rolle der Mathematik. Und wie gesagt, wir heißen hier das Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften. Und wir folgen also in diesem Sinne Galileo. Jetzt ist es November, fast schon Dezember. Es ist eine sehr, sehr dunkle Jahreszeit. Und hier hilft uns Rousseau. Die Mathematik ist eine Art Spielzeug, welches die Natur uns zuwarf zum Troste und zur Unterhaltung in der Finsternis. Also ich hoffe, Sie finden das auch ein bisschen unterhaltsam in dieser finsteren Adventszeit. Goethe schrieb, die Mathematiker sind eine Art Franzosen. Redet man zu ihnen, so übersetzen sie das in ihre Sprache und dann ist es alsbald etwas anders. Das ist eine Erfahrung, die viele Wissenschaftler, Ingenieure und Leute, auch Schüler natürlich, auch haben. Dass die Mathematiker eine sehr, sehr präzise Sprache haben und es nicht ganz einfach ist, mit der Außenwelt zu kommunizieren. So ging es also auch schon Goethe. Bertrand Russell schrieb, Mathematik beinhaltet nicht nur Wahrheit, sondern auch allerhöchste Schönheit. Mathematiker sehen eine Schönheit, sehen eine Eleganz in der Mathematik. Und hier sind vielleicht zwei Bilder, also hier ist eine quadratische Gleichung, eine kubische Gleichung in drei Variablen, x, y und z. Wenn man die Menge aller Punkte im Dreidimensionalen malt, die diese blaue Gleichung erfüllen, bekommt man diese wunderschöne, sehr elegante Fläche. Diese Fläche hat einen gelben Teil mit vier scharfen Ecken. Das sieht so ein bisschen wie ein aufgeblasener Tetraeder aus, wie ein Somoza im indischen Restaurant. Und in rot gibt es dann noch diese Elefantenohren, die unendlich weit rausgehen. Hier ist eine Referenz zu einer Arbeit. Und im rechten Bild ist meine Tochter Nina, die ist Modedesignerin. Und das war von einer Modeschau. Links ist das Model, rechts ist Nina. Also Eleganz und Schönheit spielen eine große Rolle in der Mode, in der Kunst und natürlich auch in der Mathematik. Mathematik ist nicht nur elegant, sondern Mathematik ist auch extrem nützlich. In diesem Jahr haben wir alle sehr zu kämpfen mit der Covid-Pandemie. Und bei der Analyse und dieses Problems und wie man damit umzugehen hat, haben auch Mathematiker ganz wesentlich mitgespielt. Ich selbst war in dieser Runde nicht dabei, sondern vor ein paar Jahren war ich beteiligt an einem analogen Problem, wo Bakterien, sowohl Bakterien als auch Viren, können Resistenz erzeugen durch evolutionäre Mechanismen. Und wir haben uns damals beschäftigt mit dem Problem der antibakteriellen Resistenz und einem mathematisches Modell gebaut. Das hieß damals die Time Machine, die Zeitmaschine. Und das Wichtige hier im Scientific American war, dass neue Mathematik dabei eine Rolle spielt. Also man muss natürlich auf alte Mathematik oft zurückgreifen in Anwendungen. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass diese Anwendungen die Mathematik wieder befruchten, neue Entwicklungen hervorzuleiten. Und hier ging es also darum, auch neue Mathematik in dieser Time Machine mit einzubringen. So, wir fingen an mit einer quadratischen Gleichung in einer Variablen x. Schauen wir uns doch mal ein bisschen systematischer Gleichungen in mehr als einer Variablen an. Angenommen, ich habe n Variablen, wobei n eine positive Zahl ist, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Die Menge der gemeinsamen Nullstellen mehrerer Polynome in n Variablen nennt man eine Varietät. Und diese Varietät lebt im R hoch n, also im n-dimensionalen Raum. Und n könnte zum Beispiel 2 sein, die Ebene, oder 3, unser Anschauungsraum. Schauen wir uns das mal an in der Ebene. Angenommen, ich habe eine quadratische Kurve in der Ebene. Die ist gegeben durch eine quadratische Gleichung in zwei Variablen, x und y. Die hat jetzt sechs Koeffizienten, a, b, c, d, e und f. Und das sind jetzt unsere Messgrößen. Also diese Koeffizienten sind Parameter, die werden gemessen in einem Experiment. Das sind reelle Zahlen, wie zum Beispiel 2,37894563. Es gibt sechs Terme, diese in x und y, und wir würden gerne die Paare x, y finden, die diese Gleichung erfüllen. Naja, das könnte zum Beispiel ein Kreis sein, oder eine Ellipse, oder eine Hyperbel, oder eine Parabel. Also beispielsweise könnten wir eine Gleichung haben, dieser Art, die uns diesen blauen Kreis erzeugt als Nullstellengebild. Das heißt, dieser blaue Kreis ist eine Varietät. Die grüne Ellipse, für andere Messwerte würden wir die grüne Ellipse bekommen, das ist auch eine Varietät. Und in rot sehen wir noch eine dritte Varietät. Wenn wir beide Gleichungen gleichzeitig nehmen, schneiden sich die beiden quadratischen Kurven, und wir bekommen eine Varietät, die aus vier Punkten besteht, dem Schnitt der beiden Ellipsen. Also zwei quadratische Gleichungen, x und y, typischerweise haben vier komplexe Lösungen. Das ist ein alter Satz von Besou, über 250 Jahre alt, der sagt, wenn ich zwei quadratische Kurven in der Ebene habe, gibt es fast immer vier komplexe Lösungen. Aber die Anzahl der reellen Lösungen ist entweder vier oder zwei oder null, und in Spezialfällen auch eins oder drei. Wenn Sie sich vorstellen, dass die grüne Ellipse so ein bisschen nach rechts geschoben wird, dann wandern die zwei roten Punkte zusammen, und irgendwann verschwinden sie dann. Aber verschwinden natürlich nicht, sondern sie werden komplexe Lösungen. Wenn man die grüne Ellipse ganz weit nach rechts weiter rausschiebt, dann wandern auch diese zwei roten Punkte zusammen und verschwinden. Aber verschwinden nicht, sondern sie werden komplexe Lösungen. Wie kann man das qualitativ unterscheiden? Naja, dafür gibt es eine Diskriminante. Eine Diskriminante diskriminiert. Sie unterscheidet die Fälle zwischen 0, 1, 2, 3 oder 4 reellen Lösungen. Ganz wie bei unserer Diskriminante von der 9. Klasse. Diese Diskriminante ist jetzt ein großes Polynom. Das ist ein großes, großes Polynom in zwölf Parametern. Vier Koeffizienten der grünen Ellipse. Vier Koeffizienten, Entschuldigung, sechs Koeffizienten der grünen Ellipse. Sechs Koeffizienten der blauen Ellipse. Also es ist ein riesengroßes Polynom. Aber dieses Polynom leistet genau das, was die Diskriminante für uns geleistet hat in der 9. Klasse. Sie unterscheidet die Fälle. Wie gesagt, Varietäten sind sehr elegant. Hier ist noch ein Beispiel, das mir besonders gut gefällt. Das ist eine Fläche vom Grad 4 im Dreidimensionalen. Sie sehen die Gleichung hier oben. x hoch 4 plus y hoch 4 und so weiter minus z Quadrat plus 1 gleich 0. Die Menge aller Punkte x, y, z im dreidimensionalen Raum, die diese Gleichung erfüllt, ist eine grüne Fläche. Die sieht so aus. Das ist eine sogenannte Kummerfläche, benannt nach Ernst Kummer, der im 19. Jahrhundert Professor war an der Berliner Universität. Jetzt die Humboldt-Universität. Und diese Kummerflächen sind höchst elegant und interessant, aber auch sehr, sehr nützlich. Sind also sehr, sehr nützlich in der Kryptografie. In der Kryptografie gibt es sogenannte Kryptografie elliptischer Kurven. Und das ist im Grunde eine zweidimensionale Version einer elliptischen Kurve. Es gibt hier diese kleinen tetraederartigen Gebilde, von denen wir vorher schon eins in gelb gesehen haben. Hier gibt es jetzt 16 solcher spitzen singulärer Punkte. Und es ist eine sehr, sehr schöne Struktur, also sehr elegant und wie gesagt auch sehr nützlich. Kryptografie natürlich spielt eine große Rolle. Wenn Sie Ihre Kreditkarte oder Ihre beim Supermarkt benutzen, passiert da einiges, was auf Kryptografie basiert, um die Transaktion sicher zu machen. Nach Eleganz und Wahrheit und Nützlichkeit kommt die Statistik. Wir gucken uns mal die folgende Situation an. Jeden Tag in der Zeitung oder im Fernsehen hören wir von irgendwelchen Studien derart, dass ein gewisses Essen oder ein Verhalten gewisse medizinische Folgen hat. Wir wollen mal die folgende Frage stellen. Wenn man zu viel Fußball im Fernsehen schaut, führt das zu Haarausfall? Okay, das ist die Frage. Na ja, dann machen wir eine statistische Studie. Wir befragen 296 Teilnehmer. Wir befragen sie nach ihrer Haardichte und wie viele Stunden pro Woche sie Fußball im Fernsehen gucken, bei Sky TV zum Beispiel. Und wir diskretisieren die Antworten in jeweils drei Zustände. Also Haare, entweder voller Haardichte, mittel oder sehr wenig Haare, also fast schon Glatze. Beim Fußball, die, die kein Fußball oder sehr, sehr wenig Fußball gucken, also eine Stunde oder weniger pro Woche, dann in der Mitte eins bis fünf Stunden. Und dann die Fanatiker, die fünf oder mehr Stunden pro Woche Fußball gucken, also Europacup und Bundesliga und zweite Bundesliga und alles Mögliche. So, also jeder antwortet und hier tragen wir ein, die Anzahl der Antworten in dieser Kategorie. Also zum Beispiel 29 Leute hatten sehr wenig oder keine Haare und haben mittel viel Fußball geguckt. 27 mittlere Haardichte und gucken sehr, sehr viel Fußball. Und die Frage ist, gibt es eine Korrelation oder vielleicht sogar eine kausale Beziehung zwischen diesen beiden Messgrößen? Fußball zu gucken und Haardichte. Wenn man sich das jetzt mit der linearen Algebra anschaut, wenn das eine total unabhängige Tabelle wäre, also totale Unabhängigkeit dieser beiden Größen, würde bedeuten, dass diese Matrix eine Rang-1-Matrix. Eine Rang-1-Matrix ist das Produkt eines Spaltenvektors der Länge 3 mit einem Zeilenvektor der Länge 3 und das wäre totale Unabhängigkeit. Man sieht aber hier, dass die 2 mal 2 Unterdeterminanten ziemlich dramatisch positiv sind, alle 9. 51 mal 30 ist deutlich größer als 28 mal 45. Das heißt, es scheint so zu sein, als ob es eine positive Korrelation gibt. Je mehr Fußball man guckt, desto weniger Haare hat man. Wenn es Korrelation gibt, naja, man liest das ja in der Zeitung, würde man sehr gerne auf eine Kausalität schließen. Man würde sehr gerne daraus schließen, dass Fußballgucken zu Haarausfall führt. Aber es könnte ja umgekehrt sein. Haarausfall könnte ja auch zum Fußballgucken führen. Es könnte ja sein, dass die Leute, den Leuten gehen, fallen die Haare aus und deswegen gehen sie weniger raus und gucken daher mehr Fußball im Fernsehen. Wir schauen uns die Daten mal ein bisschen genauer an. Angenommen, wir wüssten, dass die Studie 126 Männer hätte und 170 Frauen. Und angenommen, die Tabelle der Männer sieht so aus und die Tabelle der Frauen sieht so aus. Das heißt, diese Tabelle ist einfach die Summe. Also 3 plus 48 ist hier 51. Dann sieht man, dass diese beiden Matrizen, diese beiden Tabellen perfekt unabhängig sind. Das sind perfekte Rang-1-Matrizen. Also hier 12 mal 35 ist gleich 20 mal 21. 48 mal 18 ist genau gleich 24 mal 36. Das heißt, wenn man nur die Männer anguckt, sind die beiden Dinge total unabhängig. Wenn man nur die Frauen anguckt, sind Haarausfall und Fernsehgucken total unabhängig. Aber es gibt diese versteckte, latente Random Variable, das Geschlecht. Also wir formulieren das mal im statistischen Sinne als einen Test. Also wir glauben, das Haardichte ist unabhängig von Fußballschauen, gegeben das Geschlecht. Wenn wir das Geschlecht fixieren, dann die zwei Dinge unabhängig. Na ja, Statistiker sind natürlich sehr, sehr schwierige Leute. Die akzeptieren nie die Nullhypothese. Die formulieren die Nullhypothese und dann entweder akzeptieren sie sie oder sie weisen sie zurück oder sie machen weitere Studien. Das heißt, in diesem Fall können wir die Nullhypothese nicht zurückweisen. Das heißt, diese Hypothese besteht weiter. Wollen wir das vielleicht noch ein bisschen genauer formulieren im Sinne der nicht-linearen Algebra, im Sinne der Forschung, die wir bei uns in meiner Forschungsgruppe tun. Da gibt es die algebraische Statistik. Und die Philosophie der algebraischen Statistik ist, dass statistische Modelle sind Varietäten. Sie erinnern sich, Varietäten sind grüne und blaue Ellipsen, rote Punkte, gelbe Flächen, blaue Flächen, das sind Varietäten. Wir interpretieren jetzt statistische Modelle geometrisch als Varietäten. Also das Modell auf der letzten Folie war bedingte Unabhängigkeit von zwei ternären Zufallsvariablen. Also ternär, weil es drei Zustände gab, also die Haardichte war eine ternäre Zufallsvariable und auch Fußball im Fernsehen war eine ternäre Zufallsvariable. Dieses Modell in Rot ist eine Varietät im neundimensionalen Raum der 3x3-Matrizen. Das heißt, wir schreiben uns eine allgemeine 3x3-Matrix auf und die Einträge sind unbekannte Wahrscheinlichkeiten, Probabilities. Also diese Wahrscheinlichkeiten kennen wir nicht. Also das sind die Wahrscheinlichkeiten P2,3, dass wir H-Zustand 2 haben, Entschuldigung, Fußballzustand 2 und H-Zustand 3. Naja, und bedingte Unabhängigkeit ist, dass wir haben eine Männertabelle vom Rang 1, wir haben eine Frauentabelle vom Rang 1, zwei Matrizen vom Rang 1, wenn man sie addiert, kriegt man eine Matrix vom Rang 2, das heißt, die Determinante verschwindet. Wir gehen jetzt rum, wir machen unsere Umfrage mit den 270 Leuten und UiJ ist die Anzahl der Leute, die H-Zustand I haben und Fußballzustand J. Dann schreiben wir die sogenannte Likelihood-Funktion hin, also diese Ui sind ganze Zahlen, die P's sind unbestimmt über dieses Modell und dann maximieren wir das. Das führt auf ein Gleichungssystem und dieses Gleichungssystem für zufällige Daten hat immer zehn komplexe Lösungen. Wie viele davon sind reell? Wie viele davon sind relevant für die Anwendung? Wie können wir diese Fälle diskriminieren? Wie können wir unterscheiden, was wirklich los ist für die speziellen Daten, für die wir uns interessieren? Die Diskriminante kommt uns zur Hilfe. Die Diskriminante hier, für dieses Problem, ist ein großes Polynom in den neun Messwerten, U11 bis U33. Und diese Diskriminante liefert genau die Fallunterscheidung, die wir brauchen, um zu entscheiden, wie viele dieser zehn komplexen Lösungen sind reell. Zehn, acht, sechs, vier, zwei oder vielleicht sogar null. Also auch hier in diesem Fall spielen die Daten, die Antworten, also die Anzahl der Leute, die einen gewissen Zustand hat, spielt die Rolle der Koeffizienten des quadratischen Polynoms ABC aus der neunten Klasse. Übrigens, in Deutschland heißt man das oft auch PQ. Also in Deutschland ist A oft auch 1 und B und C sind P und Q. Also Sie kennen das vielleicht auch als PQ-Formel. International wird oft ABC benutzt. Was machen wir denn sonst noch so? Naja, wir forschen, wir schreiben basierend auf der Forschung Forschungsarbeiten und dann veröffentlichen wir diese Arbeiten. Und hier ist eine relativ neue Zeitschrift, an der ich sehr beteiligt bin. Sogenannte SIAM Journal on Applied Algebra and Geometry. SIAM ist eine Abkürzung for Society for Industrial and Applied Mathematics. Also die Gesellschaft für industrielle und angewandte Mathematik. Und hier in diesem Journal geht es um angewandte Algebra und Geometrie. Und hier diese Bildchen geben so ein bisschen die verschiedenen Forschungsrichtungen an, über die man dort lesen kann. Also zum Beispiel Kryptografie, geometrisches Modellieren, topologische Datenanalyse, Computer Vision, Robotik, Optimierung und so weiter. Tensor-Zerlegungen. Also das ist eine Zeitschrift, in der man dann, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, nachlesen kann, welche neuen Forschungsergebnisse erzielt wurden. Zum Beispiel über Diskriminanten. Was war denn eigentlich das Bild auf der Titelseite? Vielleicht will ich Ihnen das ganz kurz erklären. Das war ja auf der allerersten Seite. Diese bunte Varietät ist eine Kurve in der Ebene vom Grad 8, also des Nullstellengebildes eines Polynoms in zwei Variablen X und Y vom Grad 8. Stellen Sie sich vor, dass diese drei schwarzen Punkte Städte sind auf der Landkarte. Also zum Beispiel Leipzig, Frankfurt und Hamburg. Und angenommen, wir fixieren einen Radius, vielleicht 800 Kilometer, wir interessieren uns für alle Punkte auf der Landkarte derart, dass die Distanzsumme zu den drei Städten 800 ist. Das wird so eine schwarze Kurve, die konvex aussieht und das nennt man eine Dreiellipse. Also eine Eins-Ellipse, kennt man aus dem Kindergarten, nennt man einen Kreis. Eine Zweiellipse, das ist die Ellipse, die hat zwei Brennpunkte. Diese schwarze Kurve ist eine Dreiellipse. Im Allgemeinen, wenn man mehr Städte hat, hätte man auch vier Ellipsen, fünf Ellipsen. Aber wenn man die Gleichung hinschreibt, die auf dieser blauen Kurve verschwindet, dann verschwindet die auch auf dem roten, grünen und blauen Teil. Also insgesamt wird das eine Gleichung des Grades 8. Hier ist das selbe Bild, das ist genau das selbe Bild, wenn man den Radius variiert. Wenn ich die 800 Kilometer zu 900 oder 1000 oder 600 mache, wenn ich den Radius variiere und zu einer weiteren unbestimmten mache, dann kriege ich ein Bild im Dreidimensionalen. Und dann sieht man hier dieser konvexe Trichter, entspricht der eigentlichen Lipse. Und diese anderen Blätter hier, das ist das Teil dieser selben Varietät, dieser selben eleganten, wunderschönen Fläche. Dann gibt es ein klassisches Optimierungsproblem, das ist 300 Jahre alt, das geht auf Fermat zurück. Sogenannte Fermat-Weber-Problem. Was ist denn der kleinste Radius derart, dass die Ellipse nicht leer ist? Also welcher Punkt minimiert die Distanzsumme zu Leipzig, Hamburg und Frankfurt? Also wo sollen wir die Fabrik bauen? Wir würden gerne die Fabrik bauen an einem Ort, vielleicht irgendwo im Harz, derart, dass die Distanzsumme minimal wird. Wie können wir das lösen? Wir schmeißen vielleicht ein kleines Kügelchen, eine Murmel hier in diesen Trichter, es kommt unten am Trichter zur Ruhe und genau an dem Punkt bauen wir die Fabrik. Naja, wie gesagt, wenn Radius variiert, bekommt man eine Fläche um Grad 8, aber man kann natürlich auch die Städte variieren. Wir können zum Beispiel Frankfurt durch Hannover ersetzen oder wir können Gewichte zu den Städten geben. Wir können sagen, Leipzig ist natürlich viel wichtiger als Frankfurt oder Hamburg, das heißt wir können gewichtete Gleichungen benutzen. Das heißt, die Daten können variieren. Es gibt wieder eine Diskriminante, eine wunderbare Diskriminante, der die Fälle und die möglichen Situationen unterscheidet. Und diese Diskriminante wurde hier auch mal in der Arbeit studiert. Also analog hier ist die Koordinaten, also GPS-Koordinaten, vielleicht der Städte oder das Gewicht der Städte wären die Parameter. Und es gibt eine große Diskriminante, die die Fälle unterscheidet. Es ist jetzt schon fast vier Jahre, dass ich in Leipzig bin. Ich bin Ende 2016 angekommen und in der Adventszeit, in diesem ersten Jahr, als allererstes Forschungsprojekt mit zwei Kollegen, Daniel Plaumann und Mario Kummer. Mario ist jetzt übrigens seit neuestem Professor in Dresden, auch in Sachsen. Und Nidi und Masa waren Doktorandin. Nidi ist jetzt in den USA. Masa macht ihre Verteidigung in Kürze. Haben wir uns mal Kurven vom Grad 6 angeguckt. Also die Ellipse war ja eine Kurve vom Grad 8. Vor zehn Minuten, in grün und blau, sahen wir Kurven vom Grad 2. Gucken wir uns doch mal an, wie Kurven vom Grad 6 aussehen. Eine Art und Weise, wie man eine Kurve vom Grad 6 bekommen kann, man nimmt einfach drei Kurven vom Grad 2 und legt sie übereinander. Also hier haben wir eine Ellipse, noch eine Ellipse und eine Parabel. Also jede dieser drei quadratischen Kurven ist gegeben durch ein Polynom, das ist die Varietät eines Polynoms vom Grad 2. Wir multiplizieren diese drei Polynome und dann die gemeinsame, das Nullstellengewilde des Produktes ist dann diese Kurve vom Grad 6. Dieses Polynom vom Grad 6 hat 28 Koeffizienten. 28 Koeffizienten, 28 Messwerte. Es reicht gar nicht, die Buchstaben ABC des Alphabets zu benutzen. Es gibt 28 Koeffizienten, 28 Messwerte. Wenn ich jetzt an den Koeffizienten ein bisschen wackele, dann ändert sich das Bild und vielleicht bekomme ich dieses Bild. Sie sehen, wenn ich an dem ABC und so weiter wackele, dann wird vielleicht diese Kurve vom Grad 6 zu dieser glatten Kurve vom Grad 6. Sie sehen, es gibt hier verschiedene Zusammenhangskomponenten und sehr interessante Struktur. Und es gibt hier eine große Diskriminante, die diese verschiedenen Fälle unterscheiden. Ich möchte Ihnen ein bisschen erzählen von der Forschungsarbeit mit diesen vier Co-Autoren. Wie gesagt, das war eines meiner allerersten Projekte hier in Leipzig. Hier ist ein Bild aller möglicher Typen von Kurven vom Grad 6 in der Ebene. Und hier nimmt man die reelle sogenannte projektive Ebene. Und die Anzahl, man sieht diese kleinen Kreise, das sind sogenannte Ovale, das sind die Zusammenhangskomponenten der Kurven. Und das kann sein, das geht von 0, 1, 2 bis 11. Ganz oben hat man 11 kleine Kreise, das sind die sogenannten Ovale. Hier ganz unten hat man die leere Kurve, zum Beispiel die Gleichung x hoch 6 plus y hoch 6 plus 1 gleich 0. Eine wunderbare Kurve, die ist nur leer über den reellen Zahlen. Die hätte man hier unten. Hier oben gibt es genau eine Sohnowal, zum Beispiel x hoch 6 plus y hoch 6 minus 1 gleich 0. Und so weiter. Also hier hat man 2, 3. Diese grünen Balken, das sind Beziehungen zwischen diesen Kurven. Sie können sich vorstellen, hier hat man 5 Komponenten. Wenn man einen irgendwie schrumpft und der verschwindet, dann kriegt man dieses hier. Also das sind die 64 verschiedenen Kurven und die kommenden 56 Bilder. Diese Frage, wie diese Kurven aussehen, wurde von Hilbert gestellt im Jahr 1900. David Hilbert war ein sehr berühmter Mathematiker, überwiegend in Göttingen tätig und hat auch einen sehr berühmten Vortrag gehalten im Jahr 1900 im Mathematiker-Kongress in Paris, der sozusagen wegeweisend sein sollte und auch war für die Mathematik des 20. Jahrhunderts. Und einer seiner 20 Probleme, das 16. Problem war es, man klassifiziere Kurven eines gegebenen Grades in der Ebene und er war insbesondere interessiert an Kurven von Grad 6. Das wurde dann sehr berühmt, wurde dann in den darauffolgenden Jahren gelöst und insbesondere eine zusammenfassende Lösung gab es dann der Rochlin-Nikulin-Klassifikation von 1980. Ich formuliere das mal hier als einen Satz, Mathematiker formulieren Sätze. Die Diskriminante ist eine Hyperfläche vom Grad 75. Das ist ein sehr, sehr großes Polynom in den 28 Koeffizienten. Dieses Polynom hat Grad 75. Sie zerlegt den Raum der Messwerte, den Rhoch 28, in 64 Zusammenhangskomponenten. Es gibt also insgesamt 64 Kurven. Unsere Arbeit heißt auch 64 Curves of Degree 6. Sie wird veröffentlicht in einer Zeitschrift für experimentelle Mathematik. Aus diesen 64 Zusammenhangskomponenten kriegt man 56 topologische Typen und die Anzahl der Ovale ist von 0 bis 11, wie man hier gesehen hat. Und diese 11, interessanterweise, ist 1 mehr als 10. Und 10 ist das Geschlecht der dazugehörigen Riemannschen Fläche. Gut, wie ist das mit dem Bild? Gucken wir uns doch mal die Übergänge ein bisschen genauer an. Also Übergänge gibt es hier drei Arten von Übergängen. Es gibt also das Rauf- und Runtergehen. In meinem Diagramm, oben hat man eine mehr, ein mehr Oval als unten. Und jeder Übergang ist also entweder von oben nach unten die Schrumpfung eines Ovals oder die Verschmelzung eines Zweier-Owale oder etwas noch Interessanteres. Also angenommen, Sie haben so ein Oval. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie das verschwinden kann. Sie wackeln dann in 28 Koeffizienten. Sie ändern ihn ein bisschen. Es könnte sein, dass ein Oval wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Dann hat man einen Punkt, wie diesen Punkt im Harz. Und dann verschwindet das. Natürlich verschwindet es nicht. Es verschwindet natürlich, es ist sichtbar im Komplexen. Aber es verschwindet, das nenne ich das Schrumpfen eines Ovals. Oder es könnte auch sein, dass zwei Ovale näher und näher und näher und näher aneinander kommen. Näher und näher, piep. Und zu einem Oval zusammenkommen. Das sind diese zwei Möglichkeiten. Und dann gibt es noch eine viel interessantere Möglichkeit, das sogenannte von innen nach außen Wänden eines Ovals. Und das ist ein Übergang, der hier horizontal passiert. Und das ist hier durch dieses Bild so ein bisschen gegeben. Also wenn man hier diese zwei zusammenkommen und sich so umstrukturieren. Dann in der projektiven Ebene gibt es ein von innen Kehren nach außen Kehren. Also dieses hier, dieses Oval, das hängt zusammen in der projektiven Ebene. Und die zwei Dinger sind im Inneren und die zwei Dinger sind im Äußeren. Hier ist es jetzt so, dass das das Äußere wird und das das Innere. Also man wechselt das Innere durch das Äußere. Und das nenne ich von innen nach außen Wänden. Und das sind genau die Möglichkeiten. Und die können auch alle realisiert werden. Wir kommen so langsam zum Ende und zum Fazit dieses Vortrags. Gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Am Anfang hatten wir uns die quadratische Gleichung angeguckt. A x² b x plus c gleich 0. Und manchmal, wie gesagt, a, b und c nennt man auch 1, p und q. Die hat immer zwei Lösungen. x ist gegeben durch diese explizite Formel in a, b und c. Aber die eigentliche Formel ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche hier ist die Diskriminante. Der Ausdruck b² minus 4ac unter der Quadratwurzel. Diese Diskriminante diskriminiert. Diese Diskriminante unterscheidet qualitativ zwei wesentlich verschiedene Fälle. Entweder zwei reelle Lösungen oder keine reelle Lösung. Also die Natur der Lösung hängt davon ab. Aber es gibt, wie wir gesehen haben, nicht nur kleine, nicht nur diese kleine Diskriminante aus der 9. Klasse, sondern es gibt es bei all diesen Problemen in der Statistik, hier bei dem Distanzproblem, mit der Fabrik im Harz, oder auch bei den Kurven um Grad 6, gibt es immer eine große Diskriminante. Also zum Beispiel die große Diskriminante Delta. Das ist natürlich jetzt ein großes Polynom vom Grad 75 in 28 Variablen. Also hier hat man ein kleines Polynom vom Grad 2 in drei Variablen a, b, c. Die 3 wird jetzt 28 und die 2 wird 75. Aber die sind Freunde. Kleine, kleine Diskriminanten, glaube ich, wie kleine Kinder und große Kinder gute Freunde sein können. Können auch kleine Kinder, können auch kleine Diskriminanten und große Diskriminanten gute Freunde sein. Hier nochmal das Bild der verschiedenen Typen und der Übergang. Hier haben wir dasselbe Bild ein bisschen anders gemalt. Also diese kleinen schwarzen Segmente sind jetzt grün, der Hintergrund wird rot und die Kurven selber sind weiß. Also nochmal in Bildern. Wir haben die quadratische Gleichung. Die ist quadratisch praktisch gut. Hier haben wir eine Varietät vom Grad 3, sehr elegant, wie in der Mode. Hier haben wir eine Varietät, eine Fläche vom Grad 4, sehr nützlich, wie in der Kryptografie. Hier eine Fläche vom Grad 8, das Weber'sche Optimierungsproblem löst, indem wir eine kleine Murmel in den Trichter schmeißen. Und dieses Bild habe ich Ihnen vorenthalten, aber Sie müssen einfach mal vorbeikommen. Sie müssen einfach mal vorbeikommen und uns besuchen am Max-Plenk-Institut oder vielleicht andere Videos anschauen, die von unseren Gruppenmitgliedern und anderen am Institut bereitgestellt werden. Hier nochmal dasselbe Bild. Hier sind die Kurven in der Ebene vom Grad 6, alle möglichen topologischen Typen, die Antwort auf die Hilbotsche Frage vom Jahr 1900. Wir haben es nur umgedreht, die leere Kurve, ein oval, zwei oval und unten hier haben wir elf ovale, zehn ovale. Und genau dasselbe Bild ist sehr nützlich und sehr elegant und kann auch als Weihnachtsbaum benutzt werden. Also in diesem Sinne möchte ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das neue Jahr wünschen und ein besonders gutes Jahr 2021. Viel Spaß mit der Mathematik und denken Sie immer dran, diese Zweige, diese grünen Zweige, sind das Bild für eine Diskriminante. Ein großes Polynom vom Grad 75 in 28 Variablen, das ein guter Freund ist des Polynoms der kleinen Diskriminante, das Sie aus der 9. Klasse kennen. Vielen Dank. Vielen Dank.